Am Samstag ging die sechste Auflage der Outdoor Trophy in Lingenau über die Bühne. Die Veranstalter waren rundum zufrieden. Wir sind sehr zufrieden im Charterfeld, weil es auch das Beste in Europa ist. Bei so einer Veranstaltung sind wir stolz, dass wir das schon geschafft haben, nach dem sechsten Mal. Vor allem, dass wir das sechste Mal jetzt die Outdoor Trophy unfallfrei über die Bühne gebracht haben. Was nicht mein Verdienst ist, sondern wo einfach wahnsinnig viele Leute dahinter stehen, wie Gendarmerie oder Polizei jetzt vielmehr, wie Fahrerwehr, wie Rätang und meine Headguides, die helfen auf der Strecke, das alles dreht dazu bei. Und auch die enorme Stimmung der Bevölkerung, das bringt zu allem alles, die dieses Event schon sehr ins Herz geschlossen hat und ist jetzt sehr großartig. Den Sieg sicherte sich das Team Heron Robot Units mit einer Zeit von 3 Stunden 49 Minuten. Vielen Dank.